In der Hölle ist kein Platz mehr, hat früher immer mein Großvater erzählt. Schon mal war es von Makumba gehört? Oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde. In der Hölle ist kein Platz mehr, hat früher immer mein Großvater erzählt. In der Hölle ist kein Platz mehr, hat früher immer mein Großvater erzählt. Schon mal war es von Makumba gehört? Mein Vater war ein Priester in Trinidad. Er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde. Kurz vor ihrem Tod sind die Menschen immer im Lebendigsten. Findet ihr das nicht da? Kurz vor ihrem Tod sind die Menschen immer im Lebendigsten. Findet ihr das nicht da? Urbitte! Dummköpfe! Urbitte! Urbitte! Dummköpfe! Manchmal fragt man sich, ob sich die Rettungsversuche überhaupt lohnen. Lohnt es sich, die Menschen zu retten? So wie ich die Sache sehe, ist die Intelligenz bereits ausgerottet. Und es leben nur noch die Idioten. So wie ich die Sache sehe, ist die Intelligenz bereits ausgerottet. Und es leben nur noch die Idioten. Lohnt es sich, die Menschen zu retten? Lohnt es sich, die Menschen zu retten? Findet ihr das nicht da? Lohnt es sich, die Menschen zu retten? Lohnt es sich, die Menschen zu retten? Lohnt es sich, die Menschen zu retten? Findet ihr das nicht da? Lohnt es sich, die Menschen zu retten? Lohnt es sich, die X- und Twitter? Lohnt es sich, die Menschen zu retten? Heute ist ein guter Tag zu sterben.